Musik Hallo, heute war Tag 4, inklusive Anreisetag. Ja, Mittwoch, genau. Ja, heute war eigentlich mal so ein Shopping-Tag. Ja. Ja, Frank mit zwei Damen, sag ich nach, shoppen. Hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert. Stimmt nicht, höchstens die Hälfte. Gut, 45 Minuten, plus noch ein bisschen obendrauf. Also es war für mich jetzt nicht so spannend, aber für die Damen war es sehr spannend. Für mich war dann eher so der zweite Part des Abends, des Shoppens interessant. Der Harley-Davidson-Shop in Bangalore, ist ja klar, habe ich mir erst mal ein T-Shirt kaufen müssen. War jetzt zwar kein Schnapp, aber war dafür fast schon ein Alleinstellungsmerkmal in Hannover, würde ich sagen. Und dann waren wir noch schön mit dem Team zusammen, mit Sunit, Abra und JP. Commercial Street, das ist hier so eine Shopping-Gegend, wo auch kleinere Märkte sind, kleinere Stände sind, wo man auch ein bisschen handeln kann. Aber viele haben auch, Fixed Price steht dann dran. Also es ist nicht mehr ganz so, wie es früher vielleicht mal war, dass man hier 50% runterhandeln kann. Ein bisschen handeln ist drin, aber nicht viel. Oh, da habe ich dann auch so das eine oder andere gekauft, das Souvenir für zu Hause. Ja, war ganz schön, so diesen typischen Kids-Kram, kleine Figürchen, Räucherschräbchen, kitzige Klamotten gibt es ohne Ende, Rafttücher, Schal, alles. Ist wirklich ganz hübsch, also es ist hübsch bunt, übertrieben, voll. Ist auch mal ganz interessant, dass es so eine enge kleine Straße ist und die Roller und Autos dich dann halt zur Seite hupen. Ist schon ganz schön gewesen. Anschließend ging es dann noch nett mit dem Team zum Essen. War auch ein echt nettes Restaurant, muss ich sagen. War sehr lecker und angesichts des Essen würde ich fast sagen, ich werde jetzt Vegetarier, aber das hält wahrscheinlich bis in zwei Tage an. Wir gucken mal. Zumindest haben wir heute wieder herausgefunden, was es so an leckeren Süßigkeiten gibt, die ich unbedingt mit nach Hause mitnehmen muss. Ganz schlimm. Stimmt. Ich als Fleischfutterer werde jetzt mal so einen vegetarischen Tag einlegen wie heute zum Beispiel. Ist nicht verkehrt, ist nicht schlimm, aber zum Vegetarier werde ich deshalb jetzt nicht. Also Indien hin oder her, ich brauche schon mein Fleisch. Das Lammcurry heute Mittag war auch verdammt lecker, muss man ja auch sagen. Ja, sicher. Also wir haben eben nur über den Abend gesprochen, der sehr nett war. Ja. Na gut. Genau. Geld ausgegeben haben wir, obwohl es im Shoppingtag war gar nicht so wirklich viel, muss ich sagen. Erschreckend, aber wir gucken mal, wie es noch wird. Wir haben ja noch ein paar Tage. Und morgen soll angeblich Kino-Tag sein. Ich bin gespannt, ob es dabei bleibt. Und ich bin sehr gespannt, ob der Herr da mitkommt. Na klar. Goalman again. Auf Goalman again freue ich mich schon. Zweieinhalb Stunden langer Bollywood-Goovie. Also das ist genau mein Ding. Ich werde es genießen. Er freut sich. Ich freue mich. Ich freue mich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020